Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Na du? Aber... Zeit für Runde 2. Eure Aufmerksamkeit bitte. Madame Sascha und Gilbert von Riva. Phineas und Harald Federnest. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch heut sein. Was für eine Anmut, was für eine Eleganz. Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag. Das war's für eine Erregerung. Ich bin ja nicht. Aber man sollte einen perfekten Schenkel bekommen. Was ist es für einen Schenkel? Ich habe keine Anbetten. Ich bin ja nicht. Aber ein Schenkel hat mir einen Schenkel hat. Ich bin ja nicht. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ich spiele nicht gegen mutanten du gibst diese runde also auf in dem falle nein ich gebe die runde nicht auf verflucht ich werde ihn zermalmen wie eine laus ein gutes spiel euch beiden denkt an die regeln keine magie kein streit spiel und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Mutant hat betrogen! Ich reiße mit bloßen Händen die Teufelsaugen raus! Komm schon! Komm näher! Wow! Was denn? Verlieren wir die Nerven? Ich würde dir einen Rabatt wegen der Fugentaten geben, aber die Madame, wenn du verstehst... Ja! Ja! Gut gehandelt! Glückwunsch zu den beiden Siegen! Am Anfang wollte ich die Wache rufen, aber... Ja, es ist besser, dass ich es in die Hand genommen habe. Bitte gesell dich zum Finale zu mir! Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. Tatsächlich habe ich sogar hoch auf einen anderen Spieler gewettet. Ich hätte wissen können, dass hier mehrere Spiele laufen. Na du? Was? Fangen wir an! Wache los! Wache los! Ja! Mischung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020